ja willkommen hier bei permanent in unserem studio das wir natürlich auch für unsere meetings nutzen um so einen eindruck zu geben wie wir unsere sitzung die wir normal vor corona immer eigentlich präsenzmäßig in düsseldorf im büro durchgeführt haben wir es aber in der virtuellen zeit jetzt machen weil die meisten unserer menschen zu hause sind und dort arbeiten kurzer durchlauf über unsere unser setup im studio ja wir haben jetzt zwei stunden am letzten montag verbracht mit der vorstellung der zahlen der strategie dass wir die vertriebszahlen uns angeschaut haben unsere chancen am markt wie wir uns besser positionieren können wie wir unsere prozesse verbessern können und das machen wir einmal pro monat und ja haben da gute erfahrungen mit und das jetzt alles in der neuen zeit virtuell und ich sage euch eins es klappt wenn ihr mehr darüber wissen wollt wie man auch virtuell führen kann welche methoden wir haben dann ruft uns an dirklin von permanent bis dahin wir sind gleich gleich